Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazingbeaks! In der letzten Folge waren wir erfolgreich und haben endlich den Boss in dem roten Gebiet vernichtet, das finde ich sehr sehr gut. Und in den Kommentaren hat sich jemand gewünscht, dass ich auch mal den Boxcharakter hier spiele, der einfach der eigene Charakter von den Leuten ist, die dieses Spiel gemacht haben. Und der hat, glaube ich, nichts Spezielles, also er hat drei Leben von Anfang an und eine Pistole und sagt halt, hier, du kannst auf blazingbeaks.com slash mods gehen und dir einen eigenen Mod machen, wie zum Beispiel diesen The Sidious. Aber heute spielen wir dementsprechend mal die Box. Ich bin sehr gespannt, ich habe den noch nie gespielt, weil ich nicht wusste, dass das der Charakter ist von den Herstellern. Und unser Ziel ist es heute, das Spiel ein bisschen leiser zu drehen, denn es ist ziemlich laut. Oh Mann, das ist so schlimm bei diesem Spiel, dass das so laut ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Dann schreie ich euch hier mal an, weil ich denke, ich muss laut reden, weil damit ich mich selber höre und damit ist es gar nicht so laut. Gut, auf jeden Fall wollen wir heute einen Artefakt-Score von 10 erreichen oder irgendwas anderes. Guck mal, das ist hier sehr gut. Der akzeptiert keine Artefakte bis zum nächsten Gebiet und damit haben wir gleich schon einen Artefakt-Score von 2,5, gleich nach dem ersten Raum. Holy shit, ist das gut. Aber das Spiel ist mir gerade wirklich zu laut. Kann man während eines Runs einfach rausgehen und dann später wieder weitermachen? Das wäre voll toll. Und mir ist aufgefallen, in den letzten beiden Folgen, also seit ich meinen neuen Monitor habe, der nun mal eine höhere Auflösung hat, ruckeln meine Videos so ein bisschen. Das ist richtig nervig. Also im Spiel selber ruckelt das bei mir zum Beispiel nicht, aber im Video selber dann schon. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal wieder ein bisschen verändert, dass es bei euch nicht ruckelt. Ansonsten muss ich nochmal nachgucken. Also wenn das Video gerade am ruckeln ist, Leute, dann tut mir das sehr leid. Ich bin am Arbeiten daran. I know, dieses Problem besteht. Kein, kein Ding. Oder irgendjemand von euch kennt sich damit vielleicht aus. Ich habe ja jetzt statt 1080p, also statt Full HD, habe ich jetzt einen 2K-Monitor. Und vielleicht liegt das daran irgendwie, dass das jetzt rum laggt. Und auch mit mehr, die Sprotvind hole ich mir auf jeden Fall. Auch mit mehr Hertz, das heißt mehr als doppelt so viele Bilder pro Sekunde. Also ich habe den jetzt auf 144 Hertz eingestellt. Und mein Programm nimmt zum Beispiel nur mit 60 Hertz auf. Kann das irgendwie doofe Sachen machen? Also dass eine höhere Hertzanzahl natürlich mehr Bilder braucht und damit auch mehr GPU-Leistung. Und was weiß ich Leistung, ist klar. Aber ist das beim Aufnehmen so wichtig? Weil an sich ist mein PC gut genug, dass er das hinbekommen sollte. Dachte ich zumindest. Meine CPU ist ein bisschen sehr scheiße. Das ist richtig. Die muss ich irgendwann mal aufbessern. Aber wenn ich die aufbessern will, dann müsste ich mir... Nein, da war noch ein Artefakt. Dann müsste ich mir halt ein neues Mainboard kaufen. Und das ist halt super nervig. Dann passt wieder irgendwas anderes nicht. Und wenn man ein neues Mainboard kauft, dann muss man alles austauschen. Keine Ahnung, Leute. Da bin ich noch ein bisschen in Zwiespalt. Und dann kostet das natürlich auch Geld, das ich einfach nicht habe. Ach ja. Apropos Geld, Leute. Ich bin jetzt auf einer Koffein-Diät. Nein, die Koffein-Diät ist das Falsche. Ich habe nämlich mal nachge... Oh, was ist das? Diese Fähigkeit lässt alle hinterlassenen Münzen und Herzen explodieren. Alter. Das ist auf jeden Fall eine neue Fähigkeit, die ich noch nie hatte. Einmal mitnehmen, damit wir sie mal mitgenommen haben. Aber ich bin jetzt auf einer Koffein-Diät. Auf jeden Fall habe ich das erst mal so genannt. Bis sich dann irgendjemand davon erzählt hat. Und der meinte, ja, mein Bruder macht das auch. Der schiebt sich jetzt immer vorm Sport eine Koffein-Tablette rein. Und eine Koffein-Diät ist nämlich nicht das, was ich meine. Denn bei einer Koffein-Diät macht man anscheinend genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Und zwar steckt man sich da halt Koffein in sich, so Koffein-Tabletten oder so. Wodurch dann der Herzschlag erhöht wird. Und halt auch die Atmung erhöht wird. Und das soll beim Sport dann wohl irgendwie gut sein, weil man dann mehr Kalorien verbrennt oder was. Und ich habe gelernt, dass Koffein schlecht ist mit Sport. Aber anscheinend gibt es diese Koffein-Diät. Und ja, fand ich interessant, aber das meine ich nicht. Sondern ich detoxiere, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich nehme Abstand von Koffein. Leute, weil ich habe jetzt tatsächlich über ein halbes Jahr einen weg oder sowas. Jeden Tag, wirklich jeden Tag, ein Koffein-Getränk zu mir genommen. Wenn nicht sogar noch so ein Kakao mit Koffein drin. Also manchmal sogar, ja, über einen halben Liter Koffein am Tag. Und das ist anscheinend nicht gut für meinen Körper, denn ich bin permanent müde. Wenn der Schaden hat, ist der Leidergegner jedenfalls ein Schaden. Achso, das ist gut. Nehme auf jeden Fall mit. Gebe keine verschossenen Türen ein und gehe ver- Danke. Emjan, da ich auch Geld sparen muss, schieße ich damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. So wie diese exklusive Fliege, die leider nicht in so einem roten Ding explodiert ist. Das ist sehr sad. Ja, heißt, ich habe mein Abo schon, Spar-Abo weggemacht. Das mich jeden Monat 20 Euro gekostet hat für meine Energydrinks. Und ja, nehme keinen... Wobbelten Schaden. Äh, na gut. Und nehme jetzt kein Koffein mehr zu mir. Mal gucken, ob sich dadurch das irgendwie verändert, dass ich wieder wacher werde. Weil, wenn ich müde bin, dann nehme ich auch nicht so gerne auf. Holy shit, mache ich viel Damage. Ist ja krass. Ah, und wenn ich nicht viel aufnehme, dann ist mein YouTube-Kanal in Gefahr. Gut, das will ich nicht. Da habe ich keine Lust zu. So, lass mal... Ah, ah, ah. Hä? Wieso ist der einfach losgelaufen? Weil das rote Ding durchgegangen ist? Okay, das fand ich ja super weird jetzt. Ich bin auch gerade ein bisschen dumm gewesen. Warum habe ich denn diesen doppelten Damage mitgenommen? Ich meine, alles, was mich jetzt trifft, tötet mich einfach. Also wirklich alles. Und ich bin noch lange nicht bei einem 10er Artefakt-Score. Hm. Nur ein kleiner Fehler. Okay, wir müssen uns einfach nur konzentrieren. Und dann wird das. Okay, da haben wir den Shop und wir sind schon bei einem Artefakt-Score von 8. Ich hoffe, was das Beste wäre, ist, wenn wir in diesem Raum hier jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Artefakte finden. Das haben wir gar keinen gefunden. Das sieht sehr schlecht aus, dass ich überhaupt Artefakte finde. Mist. Und dann hätten wir nämlich in den Shop gekonnt und hätten da dann alles abgeben können. Komm, das kriegen wir hier in so einen 10er Artefakt-Score mit einem Leben. Wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, dann könnte das was werden. Ich werde aber auf gar keinen Fall, das könnt ihr sowas von vergessen, den zweiten Boss schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. Wie selten hatte ich das bitte, dass ich da nie getroffen wurde? Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Also bevor ich zum Boss gehe, würde ich schon gerne einen Shop aufsuchen. Jetzt egal, ob ich einen Artefakt-Score auf 10 habe oder nicht. So, kommt her, ihr komischen Mörser-Futzis. Eins, zwei und du bist über drei. Aber leider wieder keine Artefakte. Was ist denn los mit dieser Ebene? Okay, wir haben noch einen Shop. Das heißt, wenn wir in dieser Ebene jetzt mal ein bisschen Glück hätten... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist wieder viel zu viel Kram. Was soll ich tun, was soll ich tun? Erstmal alles töten. Erstmal den weg, dann den Mörser weg. Der Mörser-Typ ist richtig böse. Ach du Scheiße. Komm mal und gib mir auch ein paar Artefakte. Ich will nicht mit diesem Raum überleben. Ich will auch Artefakte haben. Komm, seid mal nett zu mir. Bitte einmal im Lieben. Meistens funktioniert das, wenn man das Spiel fragt, ob es nett zu einem ist. Dann ist es meistens nett. Also zumindest bei Isaac, das könnt ihr auch mit nicht erzählen, dass das Spiel Isaac nicht mithört beim Mikrofon. Das habe ich schon so oft erlebt, dass du dem Spiel gesagt hast, ich brauche jetzt das und das. Und dann gibt er dir genau das. Also Leute, das ist sowieso der Pro-Tipp überhaupt. Wenn ihr Spiele spielt und dabei redet, und zwar laut. Ja, fuck. Was mache ich denn? Ich werde garantiert nicht noch einen Shop bekommen. Das ist jetzt schon der zweite Shop. Wenn ich weitergehe, dann ist da bestimmt hundertprozentig nur noch eine Tür und die leitet mich zum Boss. Und da werde ich dann verkacken, weil ich nur ein Leben habe. Okay, neuer Plan, Leute. Wir haben bisher neun Artefakte mitgenommen, wie ihr hier seht. Und ich habe eine Errungenschaft, wo man 25 Artefakte in einem One mitnehmen muss, bevor der Loop anfängt. Deswegen gebe ich die jetzt ab. Und dann wird das jetzt unsere neue Mission. Irgendwann kriegen wir es auch noch hin, einen 10 Artefakt-Score zu haben. Aber jetzt erst mal alles hier mitnehmen. Hast du sonst noch irgendwas Schönes? Ne. Leider kein Leben, ne? Das ist ja richtig doof. Und jetzt, Spiel, wäre es richtig kno... Da ein Herz hin. Bitte, lass mich zu diesem Herz hin. Okay, wir dürfen nicht zu schnell da hin. Das hat mich schon so oft mein Leben gekostet, weil ich einfach zu schnell... Ah! Ja! ...zu einem Leben hingelaufen bin, weil ich es unbedingt haben wollte, dass ich alles außer Acht gelassen hatte. Aber diesmal lief das zum Glück ganz gut. Guck mal, da haben wir doch ein zweites Leben. Oh, danke, Spiel. Danke, dass du mich zumindest mit meinem Leben voll düddelst. Oh, ja, lecker. Oh, das schmeckt richtig. Ich muss so zwei Leben. Jetzt habe ich ja wieder ein ganzes Leben. Um, um, um. Äh, minus eine P, wenn du den nächsten Level betrittst. Nein! Oh, wieso nehme ich das denn mit? Bin ich ein vollkommener Vollidiot? Ja, bin ich. Alles klar, wissen wir Bescheid. Oh, vielleicht können wir doch nochmal auf die 10. Kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt wieder alles mitnehmen. Tja, die Sache ist, jetzt haben wir schon ein Leben verloren und er muss uns trotzdem nur einmal treffen, damit ich tot bin. Was ist das für ein Bullshit? Ja, danke, danke, Spiel. Genau deswegen. Na gut, dann war das eine kurze Folge, Leute. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich war jetzt noch ein bisschen sehr müde. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt hoffentlich wieder regelmäßiger Videos bringen. Gut, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.